Uah, ja ja! Nun gut, ok. So, laden wir das Zeugs ab. Braucht dann auch mal echt bessere Rüstungen. Mensch, da waren die Glasblades. Ja, ähm. Ok, komm, ok. Warte, ich trinke noch. Egal, warte. Ich will nur kurz was trinken und da steht jemand. Oh, ok. Du bist ein Freund von uns. Ok, kannst du aufmachen. So, gut. Ok, komm. Gut, da waren die Koordinaten, jo. Und ich glaub, du hast keine Hose. Ich weiß. Ich geh mir schnell eine machen. Ja. So. Ah, ok. Was ist das hier? Ganz links ist Eisen. Äh, ja. Das war Copper, aber egal. Ich hab's schon gefunden. So, 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 so. Das war ja das, wo ich gesagt hab, dass ich aus Versehen der Tür gemacht hab. So, ok, jetzt hab ich auch ne Hose. Gut. Komm. Ja. Warte, ich mach ihm auf, wa? Ja. So. Warte, ich mach ihm auf, wa? War das in die Richtung? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist die Richtung. Also gekommen sind wir von der Richtung. Warte mal, ich muss mal eben vergleichen. Also. Laufen wir erstmal wieder zum Spawn zurück, oder? Ja. Warte mal. Oh, ich glaub, ich hab dich auch grad aus Versehen geschlagen, oder? Ja. Hast du viel Schaden gekriegt? Nö. Nee? Oh, keine Ahnung, schon, aber hat sich schon wieder generiert. Ok, wo bist du? Ja, hier bei der Wüste. Da, hier, hallo. Und lass dich mal überlegen, also wir müssen zum Minus neunzesten. Ok, also hier lang müssen wir. Ja. Du, ich seh dich gar nicht. Siehst du mich? Ich bin hier im Fluss. Im Fluss da unten. Wo? Ich bin jetzt da auf der Wüste drauf. Ähm. Warte mal. Du siehst doch da diese Oase, oder? Welche Oase? Warte, hier. Ah, da vorne, du da. Hallo. Was ist denn das drin? Auf geht's. So, also erstmal müssen wir in die Richtung, weil dann befinden wir uns erstmal im ersten Minusbereich von X. So, gut. Das mittlere, was du da geschrieben hast war übrigens Z und nicht Y war. Nein. Wahrscheinlich hast du es deswegen nicht gefunden, weil in der Minimap wird es auch so angegeben. Weil die Höhe meistens eher unwichtig ist. Weil du nicht verlierst, dann sag Bescheid, weil ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit umdrehen, ne? Ne, lauf einfach. Ich komm wieder her. Oh, das ist aber ganz schön weit weg, oder? Kann sein. Am besten wärs, wir laufen hier so quer. Dann kommen wir schneller ran. Wir müssen ja dann auch noch auf den Fluss 500, ey. Boah, sind die weit weg, ey. In der Ewigkeiten gelaufen. Oh. Ne, was war das? Ah ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht hab. Ich hab bei dem zweiten da nach Minus 19 geguckt. Warte, jetzt, wir müssen hier ein bisschen zurück. So, na gut. So, und jetzt müssen wir in die andere Richtung gehen. Oder? Ne, warte, hier geht's runter. Hier lang müssen wir. Okay. Ich komm da auch nicht ganz klar mit den Koordinaten, deswegen muss ich ja mal gucken, worum das geht. Aber ankommen tun wir ja. Warte mal ganz kurz, ja. So. Ähm. Jo. Also wenn wir jemanden sehen, der alleine ist, einfach... Warte, was ist das hier? Lauf da einfach weg, das ist nicht gut, das bringt dich um. Wir haben da Mist gebaut. Das sind solche dimensional... Guck mal, siehst du das da hinten? Das sind dimensional Doors, die die kaputt gemacht haben. Ja, guck mal, siehst du das da hinten? Ja. Ich glaub, das sind die. Das sind Höhlen. Achso, okay, echt klar. Warte mal einen Moment. So, jetzt geht's weiter. Ich muss grad Steak essen. Ja, muss ich grad auch. Ich glaub, die haben's nicht geschafft über den Fluss zu laufen, haben die sich eine Brücke gebaut. Okay. Guck mal, was ist denn der Quadrat da hinten? Ich glaub das ist deren Haus. Ja, das ist auch deren Haus für den ganz nahen... Ja, das ist deren Haus. Da ist jemand! Warte, bleib stehen. Warte, ich will nur kurz den Waypoint setzen. Ja, nimm dir Dynamit. Ja, warte. Ich will nur ihm Waypoint setzen. Ich nenn ihn einfach mal Feind 1. Gut, okay, gehen wir rein. So, hier nimm dir Dynamit. Warte, warte, warte. Wir müssen jetzt angreifen. Ja, was machen wir mit dem Dynamit? Auf die werfen, wenn sie vom Haus weg sind. Okay, gut. Wollen wir uns ranschleichen? Warte, warte. Nein, warte. Nicht so schnell. Wir schleichen uns ran. Ja, komm. Und wenn die weg sind, hüpfen wir aus Versehen mal auf die Pflanzen. Nein, wir bohren die einfach ab. Wir ernten und nicht prüfen, ne? So, stimmt ja. Mut, Anton, da kommt jemand. Leiter kommt. Leiter kommt. Martin, ich muss dir leider mal sagen, die sieht man. Oh, cool, cool. So, jetzt schnell weglaufen. Nein, wir nehmen jetzt was mit. Ja, komm, der kann doch sowieso nix ausrichten. Komm, alles mitnehmen. Hast du alles? Ja, mehr kann ich nicht mitnehmen. Komm, lauf weg. Lauf weg, komm mit. Warte, das nehm ich dir. Ja, komm mit. Komm, wir lauf weg. Wir kommen später wieder, ja. Bist hinter mir, Paul. Ja, warte, ich wollte nur eben. Du, ich hab doch nen Waypoint. Ist egal, komm, wir müssen weg. Ich will die Sachen in der Sicherheit kriegen. Die kommen sonst und ich weiß nicht. Kann die jetzt noch nicht einschätzen. Lauf vor, bitte. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ne, ich hab nen Waypoint. Ich dachte schon, die sind jetzt hier schon wieder am streiken. Boah, ich weiß doch, dass Dixi irgendwas sheetet. Boah, ist das nervig. Komm, geh mal zu dem Berg da hinten. Ich will mal den... Ich will mal ne kleine... Ich will mal ne Kleinigkeit zeigen. Ich will mal kurz was probieren. Oh, nett. Ja, genau, das wollte ich zeigen. Ich bin im Berg. Dann mach ich hier den Berg mal platt. Warte, guck. Ne, aber so viel Schaden macht das ja nicht. Hier. Sehst du den Berg? Wollen wir die mal kurz hochziehen, damit die nicht nerven? Nein. Erst wenn wir bei der Basis sind, wir müssen sich nerven. Paul. Bist du komisch? Ja, ja, hier passiert doch uns nichts. Was ist mit... Hier geht's ja nur ums Gewinn. Also... Ja, wir... Das ist sowieso kein Gewinnfaktor. So, wollen wir die kurz hochziehen? Ja. Oder warte, ich ziehe uns runter, das geht besser. Dabei weiterlaufen. Ja. So, ganz ehrlich, wir haben ausgemacht. Wir machen ne Endless Let's Play, aber mit... Ich weiß jetzt nicht, was euer Problem ist. Kein Sportkill. Ja, was hat euch... Ganz ehrlich, das hätte euch sowieso nix gebracht. Ihr könnt das gleich bei uns machen. Ja, wie denn? Ihr habt nichts mehr. Wir haben auch noch alles. Alles kann ich dafür. Ne, Spaß. Äh, kommt Paul. Ja, ganz ehrlich. Wieso habt ihr euch denn nicht geschützt? Wir haben euch nix gegrievt oder so. Wir haben keinen Block zerstört. Wir haben nur die Trug. Okay, deswegen. Er hat jetzt wieder nen Deutblock hingesetzt. Ja. Ganz ehrlich, was haben wir euch geklaut? Wo? Wir haben euch Eimer geklaut. Wir haben euch ein bisschen Slime geklaut. Und... Paul hat auch noch... Paul hat auch noch ein paar Stunden in der List, hier den Sicherungsskript zu schreiben. Hättet ihr auch machen können. Wenn wir noch nicht mal so weit sind. Wir haben noch nicht mal Redstone gefunden. Warum nicht? Nein, wir haben noch nichts gefunden. Haben? Müsstet ihr farmen. Haben wir ja auch. Okay, wir versprechen euch, wir lassen euch diese Aufnahme in Ruhe. Und die nächste Aufnahme lassen wir euch auch noch in Ruhe. Nein! Oder? Diese Aufnahme greifen wir die nicht mehr an. Okay. Das ist okay. Gut. Ich hab Redstone gefunden übrigens. Also das heißt, wir greifen euch jetzt eine Stunde Aufnahmeseite nicht an. Okay? Ja. Okay. Es ist egal, ab jetzt, ich bin ja gerade bei 1 Minute 11. Und das... Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt noch so lange aufnehmen jedenfalls. Tun wir das dann einfach addieren. Ich hab das jetzt alles hintereinander aufgenommen. Und... Dann... Ja. Also wir greifen euch jetzt nicht an. Das gilt für euch aber auch. Vor allen Dingen, ihr habt unser Uran geklaut. Ihr habt unser gesamtes Sizer geklaut. Aber was wollt ihr mit Urin? Urin? Das gilt aber für euch auch. Das heißt, ihr dürft uns auch nicht angreifen, ne? Ich weiß nicht. Ja? So, Paul, da geht's nicht. Stimmt, ja. Guck mal, sind wir ja schon fast wieder da. Ich glaub, wir würden auch gleich mal ne Aufnahmepause machen oder so. Ist gar nicht. Wir wären da... Wir wären da Aufnahmepause, denn die ist auch mal ganz recht, ne? Wird unsere Gespräche gerade aufgezeichnet worden? Es wird alles aufgezeichnet. Okay, genau. Bei mir in der Aufnahme wird das gerade alles aufgezeichnet. Bei mir auch. Zum Glück habt ihr unser Copper Cable da gelassen. Ja, sorry. Ich geb ihm das Passwort ein, ne? Ich hab das ja alles mit Makro, so. Passwort wird geprüft. Was war das eigentlich für... Irgendwie kam da ein Stöhnengewirr vor mich. Ja, ähm... Ja, ich hab dich vergiftet. Ist doch okay, oder? Was war das? Ich hab dich vergiftet. Neugier. Ja, das ist ja meine ultra geheimen Power-Waffe. Powertool? So, gut. Okay. Ja, Powertool, genau. Jetzt schon. Wär schon ein bisschen cheaty, ne? Danach haben wir den Berg hinter euch noch in die Luft. Leiter, warum hast du dein Dynamit nicht hingeworfen, Alter? Dann wär unser Haus dran gewesen. Scheiße. Wir hatten auch die Dynamit bei, ja, aber wir wollten mal ein Netz sein. Ne, hätten unser Haus dich nicht bringen dürfen. Paul, wir gehen wieder hoch. Ja, hoch. Ja, gut. Äh, ich würde mal sagen, wir machen noch so so 10 Minuten auf, dann mach ich erstmal ne Pause. Ja, sag, äh, schreib dann einfach Stop und dann... Jo, mach. Good. Wow. Okay, ich zieh uns mal wieder hoch. Ja, okay. Use your no switch out of your channel. So. So. Mein Gott, Alter. Boah, die können sich nicht damit abfinden, dass wir besser sind. Wie kannst du dir das vorstellen? Ganz ehrlich, die sind 3, wir sind 2. Ja. Ich hab vorhin gehört, die waren in dieser anderen Dimension, ne? Da sind sie doch selber schuld, wenn sie da reingehen. Mhm. Die hätten stattdessen ihre Sachen da farmen sollen. Warte mal. Oh, Mann. Wobei da hinten Fight 1, ich weiß gar nicht, warum ich das so genannt hatte. Ich weiß nicht, ich kann das ja mal umbinden, kann man das umbinden? Kann man nicht. Ach egal, das ist halt so. Das war ja eher ein Abschlachten. War ja nicht wirklich im Kampf. Ja. Wollen wir was handeln? Ne, oder? Wollen wir mal kurz diesen hier. Hab ich nicht. Boah, ist die... Ne. 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 Das sag ich jetzt nicht so. Ich hab jetzt ja mal was gesehen und wenn die sich das angucken, dann wissen sie ja, was wir falsch gemacht haben. Kann ich jetzt nicht sagen sollen. Ja. Ich will's mal sagen, wir sind... Ich mach jetzt unser erstes Solar-Panel, ja? Ja. Solar-Panel. Das sind meine Gold-Kabel hier. Mit dem Kapper-Kabel. Paul, kann ich das mal hin tun? Boah, was willst du denn machen? Ja, mach einfach irgendwas. Auf die... Aufs Dach, ne? Ey. Ja... Ja, kannst du gerne aufs Dach machen. Kannst dir ja mal meinen schönen Dachboden anschauen. Echt? Boah. Ey. Nein, du musst da... Nein, du musst mal... dreh dich um. Da hast du ne... Stiege. Ein... Ja, genau. Muss ja aber ein bisschen was kaputt machen, ne? Naja. Hauptsache, du machst nur das kaputt, was auch wirklich kaputt... Setz mal bitte die Stufe hier wieder hin, ich glaub... Naja, okay, mach, wenn du wieder reingehst. Weiß nicht, sonst kommst du da wahrscheinlich nicht mehr rein. So. Ist jetzt auch egal. So. Am besten ist, du baust es keine Ahnung, du kannst es ja, was weiß ich, irgendwo aufbauen. Hauptsache nicht vor den Fenstern. So. So. Oh, das hört's blöd. Und gehen irgendwann rein. Geht das hier nicht auch? Äh, warte mal. Ich geb mein Passwort ein. Geht doch. Wahrscheinlich hattest du das Passwort falsch angegeben oder so. Ja, kann sein. So, sieben Kabel hab ich drauf an. Oh, ich sag einfach mal um 16 Uhr. Ja. Ja. Jo. Mach, mach der erst mal voll diarustrund oder so. Hast du Diamanten? Ne. So, naja, ich würd mal sagen, also ich werd jetzt nicht die 4 Minuten noch in der Mine gehen, aber, ich würd mal sagen, ja dann auch gehen wir mal in der Mine. Ja, du kannst ja hier deinen, du kannst ja hier auch ein bisschen weiter verschönern oder so und dann so, ich halt, oder wir suchen mal zusammen. Oder ich, oder ich kann sogar einen Tunnel zu dem fahren, obwohl. Das ist wassinnig. Sonst find die nachher noch den Eingang oder so. So, Paul, wir haben unser erstes Solarpenner. No. Sag mal. Das war nur so billigst Solarpenner. Ich mach mir jetzt ein EU wieder. Ah, cool. Wieso ist denn das so weit oben? Weil das... Da kannst du auch ein bisschen Dach oder sowas bauen. Weiß ich nicht. Naja, okay. Steht denn da? Solarpenner. Ich mach uns mal nen Save, den darfst du auch nutzen, okay? Ja. Kommt die ja auch ran, oder? Nee. Also die dürfen da nicht ran. So. Da kann man... Einen Save kann man nur öffnen mit OP. Naja, die... Ganz ehrlich, glaubst du ernsthaft, dass die hier irgendwie reinkommen? Weiß ich nicht. Das ist ehrlich, was die für ne schäbige Bude gebaut haben. Ich hab ja auch erst mal gedacht. Okay. Ich dachte das wär irgendwie so ein Tempel oder so. Hier warte, hier ist unser Personal Save. Aber dass da sowas billiges war... Da kommen jetzt die ganz wertvollen Sachen rein. Dann zieh dir das mal rein. So, das geht vorne auf. Ja. Ja. Äh... Was brauch ich denn jetzt noch? Ähm... Oha. Wollte ich ihn gerade machen. Ja, hier oben wieder. Disco-Launch. Sei nicht mit der Musik schon wieder. Ach, wir... Ach, ich geh gleich... Wir machen ein Neta-Portal, okay. Okay. Und was machen wir in der Neta? Das bauen wir aber denn außerhalb des Hauses oder so, weil ansonsten gehen die in uns das irgendwie rein. Ja, ich brauch nämlich Closed-Down. Ja, das können wir machen. Ja, ich such mal jetzt doch ein bisschen Obsidian. Ach, ich mach mir einen Wassereimer, genau. Ähm, ja, und ich bau dann... Also, die Aufnahme stoppt er in eine Minute. Ich bau dann einfach, ähm... Und schon mal einen kleinen Raum oder so, wo wir das reinmachen können. Ja, mach das. Ja, gut. Dann... Würde ich mal sagen, machen wir einen Aufnahmestopp. Ich weiß nicht, ob wir heute oder morgen weitermachen. Bei euch kommt sowieso jeden Tag nur eine raus. Du hast wahrscheinlich das Passwort für heute eingegeben. Ich geb's mal für dich richtig ein. Weil ich ja so nett bin. Und, ähm... Nee, danke. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ich denke immer, bei euch wird's ja wie immer am nächsten Tag rauskommen. Oder am übernächsten. Kommt drauf an, was so dazwischen noch rauskommt. Und, ja, dann bis, ähm... Morgen, würde ich mal sagen. Tschüss. Bis morgen.